So, willkommen zu der neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine kleine spontane Folge, denn heute ist der 17.06., glaube ich zumindest. In einem Monat ist ungefähr der 16.07., der 16.07. ist mein Geburtstag und in der Vergangenheit haben wir mal, es ist schon fast 10 Jahre her, also 9 Jahre, man sieht ja hier 2014, das ist nämlich ein alter Flyer, haben wir mal so Partys veranstaltet, Bring Your Own Klappstuhl mit ins Wasser Party von NoHirnRecords präsentiert, damals, das waren meine Musikzeiten, NoHirnRecords, mein Label, wo ich Musik gemacht habe, dann ist es, wo wir kennengelernt haben, wir zusammen Musik gemacht haben, wir viele andere Leute kennengelernt haben, auch vom NAR Battle und generell aus der Musikbranche, haben wir dann mal alle so ein bisschen zusammengeführt, haben Geburtstag gefeiert, für uns war das ja Tradition, denn Isbo hat im Juli Geburtstag, ich habe im Juli Geburtstag, wir haben im Abstand von einer Woche so zueinander, dass wir uns im Sommer immer zusammengefunden haben, unsere Geburtstage gemeinsam gefeiert haben und eine Woche halt Sommer, Sonne, gutes Wetter, Bierchen, Würstchen, alles hin und her. Jetzt ist ewig nichts gewesen, wir haben dann das immer so eher ganz klein gehalten, Hannes war mal da, Isbo war mal da, wir haben das teilweise dann auch zu dritt gemacht, ganz gechillt im Garten, im Planschbecken und so, in den letzten Streams kam aber wieder das Thema auf, du hast doch bald Geburtstag, Ramses, wie sieht es denn aus, feierst du da, soll man da vorbeikommen, kann ich vorbeikommen, jo, ich würde auch vorbeikommen oder ey, das wäre voll cool, mal wie so einen kleinen Community-Treff veranstalten und einfach die Leute alle auf einem Fleck versammeln und es wurde ja schon immer gefragt, gibt es denn mal sowas wie einen Community-Treff? Habe ich gedacht, braucht man nicht, es ist ja eh jedes Jahr das Go-Fest in Pokémon Go, wenn man da nach Berlin fährt oder Dortmund oder sonst was und alle anderen gehen da auch hin, die Pokémon spielen und man trifft sich da und sieht sich da, das hat ja in Berlin gut funktioniert, musst du ja nicht extra was machen. Dieses Jahr ist es ja in London und gerade durch die Geburt von meinem Sohn ist was ein bisschen kompliziert, ich kann nicht weg, ich kann nicht weit weg, ich möchte auch nicht so weit weg und da das sowieso nicht in Deutschland ist, war das für mich gar kein Thema, jetzt ist aber natürlich der Geburtstag und traditionell haben wir eigentlich immer Geburtstag zusammengefeiert mit Isvon Hannes, letztes Jahr hat das nicht geklappt, da konnte Isvon nicht, dieses Jahr wollte er das nachholen, noch auf die dicken vier drehen und jetzt habt ihr mich noch angestachelt im Chat, im Stream, wie es aussieht mit Geburtstag, ihr hättet Bock, manche von euch oder manche sagen, oh was, wenn da was ist, würde ich auch mal vorbeikommen und die Gelegenheit nutzen, mal Hallo zu sagen. Jetzt habe ich hier einen Flyer, mal ganz kurz, wie es 2014 war. Bring your own Klappstuhl mit ins Wasserparty, plus Bier, plus Wurst, plus Wasser, plus Klappstuhl, Featuring MC Ramses und Isvon, 19.20.07. eben an einem Wochenende, wo viele Leute Zeit haben, weil der Geburtstag in der Woche war. Damals sind wirklich die Leute angereist mit Autos, haben sich fahren lassen, kamen mit Zügen, wir haben das in Hesper gemacht, an der Werra, da war eine große Wiese, da war ein Waldstück, da war die Werra, die ist da lang geflossen und wir haben uns mit Bierkästen und Klappstühlen einfach in die Werra gesetzt. Manche haben sich in die Werra reingelegt, haben sich abgekühlt, die anderen haben in Bierkästen in der Werra gesessen, haben sich immer ein Bier rausgenommen, was dann auch schön kühl war, es war super Wetter, alle haben Gummilatschen angehabt, bei manchen sind die Gummilatschen weggeschwommen, dann haben wir die Gummilatschen gesucht, haben die Werra, sind entlang gelaufen, sind selber reingeplumpst, rumgebollert, alles. Zwischendurch wurde dann auch gegrillt, wir haben zusammengesessen, die Leute haben sich kennengelernt, sind kleine Grüppchen entstanden, dann ist man mal wieder zu der Gruppe, dann mal zu der, zu der. Da gab es auf jeden Fall viel Natur, viel Grünfläche und die meisten von denen haben dann auch gezeltet, übernachtet, haben sich da was mitgebracht, haben dann draußen auch in der Natur geschlafen und irgendwie ist das ja voll cool. Deswegen habe ich mir gedacht, warum bringt man sowas nicht jetzt hierhin in dieses Jahr? Dann habe ich mir überlegt, wir machen, ich bin hier auf dem falschen Fenster im Moment, statt bring your own Klappstuhl mit ins Wasserparty, einfach eine bring your own Schlafsack mit in den Waldparty, 14er bis 16er, 7er. Ich habe erstmal eine WhatsApp-Gruppe gemacht, da habe ich alle ehemaligen Meilenteilnehmer, also von der goldenen Meile reingepackt, das heißt, da ist drin Hannes, Genaya, Kästo, Marc Niemals, Dolebi, also Pierre, da ist der Zai drin, der Crazy O, da ist Natururin drin und Bier Schanga, plus der Fahrer, also der Brösel, und das sind ja schon mal Namen, wo viele von euch sagen, das sind lauter dufte Typen und Typinnen, manche sagen, sie würden gerne die Genaya mal kennenlernen, manche sagen, sie würden gerne den Hannes mal kennenlernen, manche sagen, sie verfolgen den Fahrer mittlerweile auf YouTube und finden ihn richtig nice, andere sagen das Brüdergespann, Marc und Pierre. Ich habe alle ehemaligen Meilenteilnehmer in diese WhatsApp-Gruppe, weil die ja schon mal da waren, wir zusammen was gemacht haben und dachte, mit denen versuche ich irgendwie ein bisschen, was zu planen, einen Ablauf, den wir jetzt ungefähr so ein bisschen haben, dass am Freitag, dem 14. man dann halt vielleicht anreist nach Meiningen, man da sich niederlassen kann, man irgendwie eine Location sich auskundschaftet, wo man das macht, ich habe nämlich jetzt noch keine, da würde ich gerne mit euch zusammen gucken, am 15. dass man dann da auch nochmal einkaufen kann, alles vorbereiten kann, um am 15. im Samstag da einfach eine Party zu machen, wie ein Festival, stell dir vor, jetzt ist ein großes Festivalgelände, wo ein Festival stattfindet, wo alle den ganzen Tag rumhausen, chillen, machen, tun und man dann in den Sonntag, der 16. und 7. ist den Sonntag, reinfeiert und dann nachmittags Sonntag könnten die Leute dann, die, die keine Zeit haben und so weiter oder die sagen, oh, ich komme hier, bla, dann wieder abreisen, so dass man theoretisch von Freitag kommt, Samstag, das alles stattfindet, Sonntag man dann wieder in die Heimat entlassen wird, wer es sagt, er muss Freitag, kann er noch nicht, er muss Samstag dazustoßen, er kann auch Samstag erst dazukommen, da gibt es vielleicht sogar Leute, die sagen, ah, Sonntag bin ich so kaputt, ich gehe erst Montag, das müsst ihr mir sagen, wie ihr da Zeit habt oder wie es da bei euch passt. Wichtig ist, für mich ist das jetzt erstmal so geplant, wir haben hier in der Nähe der Wohnung suche ich irgendwo in einem Waldstück, in der Waldgegend eigentlich etwas, wo man sich niederlassen kann, wo man übernachten kann, wo wir dort trinken können, wo wir Musik hören können, wo wir grillen können vielleicht, wo wir, wenn der Turin kommt, vielleicht macht der Nudeln für alle, wenn Bianca kommt, vielleicht macht die super Breakfast, wenn der Zeit kommt, der legt Musik auf, hä, ich weiß nicht, Silvio hat auch schon die ganze Zeit gesagt, also der Scheinux, wenn mal was ist, er würde gerne auch mal so eine Outdoor-Tour irgendwas machen, Survival oder irgendwas in der Wildnis hin und her, vielleicht wäre das genau was für ihn, dass wir da einfach rausgehen in die Natur, dort uns wie ein Lager aufbauen, und ein, aber nicht mit Zelten, das ist ja verboten, aber wer einen Schlafsack hat und eine Isomatte, und der kein Problem hat, zwei Nächte in der Natur zu verbringen, mit einer lustigen Truppe, die man sich aus der Community so kennt und die sich zusammenfinden, der ist auch von euch eingeladen, also das ist jetzt, dieses Video ist jetzt ja öffentlich, eben um die Leute zu erreichen, die sagen, sie gucken schon so lange zu und haben so Bock, mal irgendwas zu machen, und wissen aber nicht wann und wie und wo und was, deswegen sage ich, wer da wirklich Interesse dran hat, ich habe bisher nur die ehemaligen Meilen-Teilnehmer in die WhatsApp-Gruppe reingepackt, wer sonst noch Interesse hat, zum Beispiel der Scheinux, der Silvio, der gesagt hat, er wäre bei sowas auch dabei, würde ich damit reinpacken, wenn er das möchte, der Lennart, der gesagt hat, er würde so gerne auch mal vorbeikommen und alles Hallo sagen, könnte ich damit reinpacken, wäre auch kein Problem, ich will aber nicht jeden einzeln anschreiben und hinterher rennen, ich will wirklich gucken, wer interessiert sich dafür, wer hat Bock auf die anderen Leute, die bis jetzt dabei sind, so ungefähr, wenn Bianca an der Touring kommt, könnt ihr den auch kennenlernen, Bianca nochmal sehen, alles, Genaya sehen, Hannes sehen, Marc-Pierre sehen, Fahrer sehen, Zeiss sehen, hin und her, wie auch immer, Leute, die man trotzdem aus den Videos so kennt, die alle mal zusammen trommeln, auf einen Fleck versammeln, im Sommer, am Geburtstag, 14. bis 16.7., da irgendwie zusammenkommen und dort eine gute Zeit haben, einen schönen Vlog drehen, vielleicht auch ein Musikvideo drehen, ich weiß es nicht, irgendwas, aber halt gucken, dass wir uns irgendwie eindecken, dass wir uns in ein Lager suchen und in diesem Lager dann rumhausen, wo dann, da wird dann gegessen, da wird dann geschlafen, da wird dann getrunken, da wird alles, das klingt schon wieder wie ein Rammstein-Konzert, nein, auf jeden Fall ist es so ungefähr meine Vorstellung, oder manche sagen, gibt es da auch vielleicht Wasser in der Nähe, dass doch was ist zum Abkühlen, das weiß ich nicht, ich kenne mich hier nicht aus, man könnte recherchieren und könnte sich die Umgebung oder einen entsprechenden Ort dann zusammen auch suchen, was ich gerne aber mit euch machen möchte, selbst wenn man Freitag mit den ersten Angereisten die Zeit nutzt, um eine passende Location zu finden, wo man dann Samstag alle hinschmeißt, wo man aber schon mal schläft, damit man nicht, da ist das Nachtlager und dann drei Kilometer weiter irgendwo steht ein Bierkasten und drei Kilometer weiter liegt eine Bratwurst oder so, also ich würde schon gerne wie ein kleines Feriendorf alles so zusammen, klingt total komisch, weiß ich nicht, aber Isbo ist auch eingeladen natürlich, hat schon gesagt, das passt bei ihm nicht, er ist da eh nicht da, hat keine Zeit, ob er das nicht im August machen kann, aber im August weiß ich nicht, wie die Zeiten bei allen anderen da sind, Shinaja hat ja schon gesagt, sie hat zu dem Zeitpunkt Urlaub, das passt bei ihr, vielen passt das da auch, es ist auch da die Geburtstagszeit, deswegen müssen wir das da so machen, wenn das euer Interesse geweckt hat, wenn ihr sagt, ich wollte schon immer mal nach Thüringen, ich wollte schon immer mal eigentlich nach Hildburghausen, jetzt vielleicht nach Meiningen, ich hätte Bock auf die chaotische Truppe, ich hätte Bock den Ramses mal kennenzulernen, ich hätte Bock zum Geburtstag zu kommen, erwartet nicht, dass ich ein guter Gastgeber bin, der euch hier eindeckt mit sonst was, das meiste wird einfach auch bring your own sein, ihr bringt euren Schlafsack mit, ihr bringt eure Isomatte mit, wir gehen einkaufen zusammen, jeder kann sich da essen und trinken, das nehmen, eindecken mit dem, was er möchte, jeder ist gefühlt für sich selbst zuständig, würde ich das machen, ich erwarte von euch keine Geschenke, ich werde euch auch nichts um die Ohren hauen, ich will einfach nur zusammensitzen, in einer coolen Truppe, und das, wenn ihr da kommt, dann ist das das Geschenk, was ihr mir macht, und ich habe nichts für euch, so ist das ungefähr der Ablauf, und das klingt doch super, also nicht, dass ihr denkt, ich gehe hier los und, tue hier ein Festmahl auf Dings, nee, das, wir sitzen zusammen, wir machen da was, wir teilen uns da rein, wir sind doch alle Bros im Geiste, und deswegen werden wir da irgendwas finden, wo man sagt, ich bin auch für jede Idee offen, wer das sagt, ey, ich fände es voll cool, wenn wir abends vielleicht Pizza bestellen könnten, meinetwegen, Riesenbestellung, jeder sucht sich eine Pizza, die liefern dann mit einem Transporter, 30 Kartons Pizza, irgendwo hin in den Wald, und wir essen dann da Pizza oder so, mir auch recht, oder Einweggrill mitnehmen, jeder tut sich eine kleine Grillschale, und macht sich sein Zeug zurecht, oder mit Gaskocher, irgendwas, ich bin Outback, habe ich nichts mit am Hut, wir haben ein paar Leute dabei, die im Outdoor-Bereich tätig sind, oder die da erfahren sind, vielleicht sagen die, ey, ich mache euch keinen Plan, wir kaufen alle zusammen ein, jeder kauft das, was er will, und ich kümmere mich darum, dass wir das zubereiten, und dass wir da abends schön gemütlich sitzen, chillen, Feuer, Bier, sonst was, tote Hosen, wenn das euer Interesse geweckt hat, dann meldet euch bei mir, schreibt mich halt privat irgendwo an, bei Telegram, Instagram, sonst was hin und her, ich würde euch dann mit in die WhatsApp-Gruppe packen, wo die ganzen Vorbereitungen getroffen werden, ich hoffe, das ist nicht so, dass dann hier 2000 Leute kommen, weil irgendwie ist das dann wahrscheinlich zu viel, aber falls der ein oder andere zu der Hand vor Leute, die es gerade ist, noch dazu stoßen möchte, wäre das sicherlich kein Problem, ach so, zum Beispiel der Bo, ich denke da gerade in erster Linie auch an der Bo, der Bo, der schon immer sagt, ja, ich mache da auch YouTube-Sachen, habe jetzt Hannes so kennengelernt, alles, und würde mich auch voll freuen, endlich mal mit dem Ramses und alles, und hin und her, Megasgott, hey, solche Leute halt, so Leute, die so ein bisschen immer schon in jedem Stream sagen, und bei jedem Ding sagen, man muss auch mal was zusammen machen, meinetwegen, ansonsten fühlt euch alle geherzt und eingeladen, also wer da dabei sein möchte, versucht den Kontakt mal aufzunehmen, wie es euch passt, und schauen wir mal, was das ist, kann ja nur nach hinten losgehen, kann ja nur schief gehen, aber vielleicht wird es auch richtig cool, das war es von meiner Seite aus, aus Bring Your Own Club Stuhl, mit ins Wasser Party, wo man dann mit dem Club Stuhl einfach in der Werra gesessen hat, die Beine schön kühl waren, wird einfach Bring Your Own Schlafsack, mit den Wald Party, denn ich möchte mit euch dann die zwei Nächte draußen schlafen, wäre ja zu einfach, wenn ihr euch da draußen rumkämpelt, und ich gehe einfach heim ins Bett, ich bin dann bei euch, das sind zwei Tage, Pupsi sagt auch, ja, sie will mir das gönnen, sie will mir das nicht wegnehmen, sie macht ja jetzt auch manchmal Sachen, wo ich dann mit dem Kleinen bin, und das kriegt sie schon hin, dass sie da das machen kann, und wir das machen können, und wir sind ja nicht weg aus der Welt, wir sind ja hier in der Nähe immer, sodass im Notfall immer mal irgendwas ist, der Rams total besoffen dann angewackelt kommt, was ist hier los, wo ist die Windel, so ungefähr stellt man sich das vielleicht vor, ansonsten bin ich für Ideen offen, wer Verbesserungsvorschläge hat, wer ein richtiges Konzept da reinbringen möchte, es ist erstmal so ein, in der WhatsApp-Gruppe wird das sicher alles geklärt, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis er den Peace Out vorhaut, euer Ramses, es ist ein Versuch, mal nicht Geburtstag einfach zur Mama zu fahren, ein Stück Kuchen zu essen, und wieder heim zu gehen, sondern das, weil das Go-Fest dieses Jahr nicht stattfindet, und man sich da nicht sieht, trotzdem irgendwo wie eine Art Community-Treff, an einem Ort Leute zu vereinen, mit Natur, pur, Peace Out vorhaut, euer Ramses.